Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hempire. Schließen wir die Verbesserung der Bahnstation ab. Ich will mich endlich Schaffner Danny nennen können. Naja gut, bloß weil wir sowas haben, bist du noch lange kein Schaffner, du Holzkopf. Lager verbessern, fängt gut an. Ist die Tapete noch da? Ja! Dankeschön für diese überteuerte Tapete. Hm, hm, hm. Und ich habe immer noch keinen Platz im lila Lager. 9 von 7 Farbe. 9 von 9 Farbe. Was? Ich könnte ja mal versuchen einen Schluck Tee zu trinken, der ist bestimmt mittlerweile etwas abgekühlt. Und ich habe irgendwie Staub oder sowas im Tee. Hm. Platsch, platsch, platsch. Butter. Es tut mir leid, dass mein Stuhl so quietscht. Ich finde, wir könnten auch einfach einen Eimer Keksteig verkaufen und dann kann sich, kann sich Cousine Kimmert einfach auf ein Blech kippen und den Ofen anmachen. Das wäre so viel einfacher. Platsch. Anmachen, fertig. Gehen wir auf Nummer sicher. Na, wir wollen, wir wollen haben, was wir brauchen. Was? Wir wollen brauchen, was wir haben. Ne, ist auch falsch. Sie sollten anfangen, Sporn zu treiben. Ja? Ich weiß. Hör auf, mir das zu sagen. Du bist nicht meine Mutter.